Das Hotel Niki liegt in Irion in Samos. Das Hotel Niki ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 43 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,4 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Zimmer. Sauberkeit. Häufiger Wäschewechsel. Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür. 4,9 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,6 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.